Jo Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal MrFreedomHD. Heute meine Freunde habe ich die besten Combine Glitches in Black Ops 3 für euch. Die Glitches an sich sind nicht kommentiert, da sie sehr einfach durchzuführen sind und zu verstehen sind durch das Video. Aber falls ihr dennoch Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich werde jedem versuchen zu helfen. Das Videomaterial wurde mir zur Verfügung gestellt von Playdays, das ist ein amerikanischer YouTube Kanal. Schaut doch gerne mal vorbei und lasst ein Abo da. Bei mir natürlich auch Freunde, wenn euch dieses Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like, da würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, dann würde ich doch direkt mal sagen, Video ab dafür. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.